Schlagt sie zurück! Ja, vorwärts! Erwarte euer Kommando! Gebiet sichern! Bleibt standhaft! Sie schlagen zu! Marschbefehl! So, was war's mit denen? Gebiet sichern! Gebiet sichern! Hier steht doch nichts mehr herum. Befehl verstanden! Und los! Zur Ehre Aonius! Auf mein Kommando! Bereit! Und los! Oh, und so wie's aussieht, hat der Gegner uns mittlerweile bemerkt und können uns böse mitspielen. So, wir können aber auch schon mal unsere... Ja! Folgt mir! Schnell! So, Bevölkerungslimit erhöhen. Sofort! Und noch mehr Heile ausbilden. Also ja, er schickt uns jetzt mal eine kleine Armee entgegen. Vorwärts! Sofort! Schnell! 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 Vorsicht! Sie sind hier! Auf meinen Befehl! Mir nach! So, können wir jetzt in Ruhe mal lesen. Also. Zerstört die Lage der Schwarzen Faust. Drei Lager beherrschen den Weg nach Schiel. Sie müssen zerstört werden. Verdichtet das alte Hauptlager. Das alte Hauptlager Reddingens beherrscht den Nordwesten des Schattenwaldes. Es ist das erste, die da ist auf den Weg nach Schiel. Einer warnt von dem Schwerfosten auf den Berg hängen. Verdichtet das Lager am See. Das Lager nahe am See könnte besser verteidigt sein. Das wird kein leichter Kampf. Aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, die Verteidigung des Lagers zu umgehen. Nachschubslager. Zerstört das Nachschubslager von wenigen Summenleit im Portal nach Schiel. Ja. Sollte machbar sein. Da kommen schon wieder Barbaren. Jawohl! Alles klar! Und los! Schnell! So, werden wir darauf warten, dass wir das Aria zusammenkriegen, um eine Akademie zu bauen. Äh... So. Bogen und das. Und dann... ... jeweils einen Punkt hier rein. Was brauchen wir als nächstes? Stärke 33. Geschicklichkeit 39. Mhm. So, damit können wir jetzt endlich einen neuen Bogen benutzen, der genauso aussieht wie der alte. Können wir sonst was Besonderes benutzen gerade? Nein. Nein. Die Truppen sollten eigentlich ausreichen, um das alte Lager mal abzumäuchern. Jetzt würde ich nur das Lager da unten ist. Bleibt standhaft! Auf mein Schleichen! In die Schlacht! Sofort! Da ist sogar ein Boss mitgekommen. Kopf von Damo Tonk. Vorwärts! Feindkontakt! Verstärkt die Deckung! Zeigt Chargent Ina den abgeschlagenen Kopf. Die Tonks gefährlich, aber bei Drächer treiben im Schattenheim im Umwesen. Sargent Ina weiß bestimmt etwas über sie. Vorwärts! Hm. Wir haben halt hier kaum noch Aria. Das muss ich halt eher erst immer regenerieren. Sofort! Hallo, komm den Schlitzer. Auf mein Kommando! Mir nach! Hallo Feindlager! Wir werden angegriffen! Sind auf Feindlager gestoßen! Das ist ein Hinterhalt! Auf meinen Befehl! Zur Ehre, Aonius! Naja, da oben gibt's auch noch Lager, äh, Gebäude. Schnell! Aber erstmal müssen die hier fallen. Was zur Ehre, Aonius! Erwärmte Befehle! Bei einem Vertrag kommt... Erwärmte Befehle verstanden! Ja, vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Sind auf Feinde gestoßen! Und da würde es zu dem Ork gehen. Ah. Auf meinen Befehl! Wir schlagen zu! Und das ist sehr schön. Bereit! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Das sind die letzten Einheiten, die uns noch fehlen. Stehe bereit! Also, was kriegen wir hier? Eine Rüstkammer. Großes Haupthaus. Den Landsknecht und den Paladin. Sehr schön. Der Landsknecht ist unsere stärkere Nahkampfeinheit. Und der Paladin ist unsere stärkste Nahkampfeinheit. Wir brauchen halt beide nur Rüstkammer und der Paladin bräuchte sogar Aria. So, die Rüstkammer. So, und das mittlere Haupthaus. Ich könnte das auch andersrum drehen. So. So ist das besser. Die Haupthausale auf einer Seite. Das heißt, ihr drei baut mir mal jetzt eine Rüstkammer. Ärmel hoch und los! Auf mein Kommando! Schnell! Sofort! Schnell! So, da gucken wir mal, ob wir mit meinen Helden und den... Zu euren, alles klar! Also, mit meinen Helden und deren Unterstützungstrumpen von einem... Und los! Sie schlagen zu! ...trumpen besiegen können. Erwartet euer Kommando! Sind auf Feinde gestoßen! Erwartet euer Kommando! Befehl verstanden! Augen offen halten! Ja, sofort! Der sieht mir nämlich schon recht böse aus, der Trong. Auf meinen Befehl! Vorwärts! Folgt mir! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Schließt die Reihen! Die Ruhe befehlt! Also, Schaden nimmt das schon mal gut. Haltet durch, Männer! Die Ruhe wird sofort ausgeführt! Jawohl! Oh, die gebooschen da oben. Erwartet euer Kommando! Augen offen halten! Bin unterwegs! Da sollten wir dann mitmachen. Stehe bereit! Die Ruhe befehlt! Die Ruhe befehlt! So halte ich mal am besten selber. Zu Befehl! Unverzüglich! Einsatzbereit! Gebiet sichern! Bereit, wir sind unterwegs! Sind auf Feinde gestoßen! Jawohl! Alles klar! Erwarte Befehle! Ja, und los! Folgt mir! Die schlagen zu! Verstärkt die Verteidigung! Bereit für den Kampf! Marschbefehl! Okay. Stehe bereit! Bereit für den Kampf! Augen offen halten! Erwarte Befehle! Befehl verstanden! Ja, vorwärts! Was heißt, hier alles einreißen, hier alles gründern, da oben gibt es auch noch mehr Lager. Ja, das ist halt Redikids altes Hauptlager gewesen. Gebt das Zeichen! Auf meine... Vorwärts! Ups, ich habe auch so sie kurz rausgetoppt. Auf meinen Befehl! Ja! Sofort! Das hat jetzt nicht zu viel an der Aufnahme. Aber zufrieden ist das Spiel, ich habe gestürzt. Ah, interessant. Du hast uns entdeckt und wir sind uns verpetzen niemals. Bleibt standhaft! Auf meinen Befehl! Habe verstanden! So, ein Aria-Schrein. Ja, vorwärts! Folgt mir! Für die Freiheit! Für die Freiheit! Rudenmeister! Verstärkt die Verteidigung! Die sind überall! Jawohl! Feinkontakt! Der Rudenmeister tropft sogar was. Und los! So, dann kümmern wir euch um das Lager noch. Die einzelnen Gobbos kann ich mich ja kümmern. So, unsere Rüstkammer hat für... Paladine einen Buff. Also ein Upgrade. Was ihn Flammenschwerter verpasst. Und mehr Damage. Ja, aber für das Erste tut es mal für Platzknechte. So. Bereit für den Kampf! Auge offen halten! Erwarte euer Kommando! Gebt das Zeichen! Bin unterwegs! Einsatz bereit! So, dann haupt das Lager bitte noch platt! Oh, cool! Ein Menschenmonument auf dem Weg. Zu Befehl verzüglich! Alles klar! Zu euren Diensten! Ja, und Branigan hat an seinem Hauptposten Feuerwerfer. Beziehungsweise an seinem Lager am See. Ja, wir müssen erst mal das Monument erreichen. Zu euren Dienst! Unverzüglich! Aber leider ist es mal wieder so weit zu speichern. Ne, warten wir erst, bis unsere Truppen alle angekommen sind. Auf mein Kommando! Mir nach! Oh, und noch ne Cutscene vorher für uns. Tiaras Flamme! Was ist das? Seht doch! Hinter der Brücke! Verflucht! Dieses Bollwerk wird schwer zu nehmen sein. Diese Bastarde sind fleißig gewesen. Doch ihr Fleiß wiegt ihre Dummheit nicht auf. Sie haben die Welle nicht abgeriegelt. Sendet Armbrustschützen auf die Welle rechts und links, sobald wir über die Brücke sind. Positioniert sie über dem Durchgang und lockt ihre Nahkämpfer heraus. Der Bolzenhagel wird sie niederstrecken, bevor sie uns erreichen. Das habe ich, glaube ich, noch nie wirklich hingekriegt. Ja, aber gut. Hier erst mal speichern. Unser Let's Play überspeichern. Und dann gibt es hier erst mal wieder einen Cut. Bis gleich.